Hallo, Sie befinden sich hier im Bayern Lab in Neustadt an der Eich. Mein Name ist Dan Böhm. Mein Name ist Daniel Köder. Und wir versuchen seit genau fast vier Jahren die Digitalisierung für Sie, für die Bürger und Bürgerinnen, ein bisschen erlebbar zu machen. Die BayernLabs sind eine Initiative des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat. Wir haben eine Dauerausstellung zu verschiedenen Themen der Digitalisierung. Da führen wir die Besuchergruppen durch. Wir haben verschiedene Workshops und wir haben auch verschiedene Themenwochen zu Themen unserer Ausstellung. Wir haben in dieser Woche vom 2. November bis zum 5. November unsere Themenwoche Robotik und die Programmierung. Eigentlich draufgekommen sind wir damit. Das Thema ist immer wichtiger, auch im Schulunterricht. Wir besuchen viele Schulklassen zum Thema. Aber auch unsere Besucher und die Familien ist natürlich ein ganz spannendes Thema. Und Glück hatte ich da, dass ich mit meinem Kollegen Christian Schweigert hier jemanden habe, der wohl sein Steckenpferd ist, der sich da viel Gedanken drum gemacht hat. Und dann haben wir die Woche eigentlich so organisieren können, wie es jetzt ist. Die Highlights in dieser Woche oder was der Besuch lohnenswert macht, ist eindeutig, dass wir verschiedene Stationen aufgebaut haben, verschiedene Robotiksysteme und auch Programmier-, kann man auch Sprachen dazu sagen, zeigen möchten. Angefangen von, wo viele vielleicht kennen aus dem Schulunterricht, den Lego Mindstorms und Lego Spy Crime setzen, wo auch Robotikmeisterschaften schon mit abgeschlossen werden oder ähnliches. Aber auch, dass wir unseren Kollegen Nao hier haben, der so fröhlich quietscht neben mir. Oder natürlich auch für die Grundschüler oder für die Beginner, die Otzobots oder ähnliches. Eindeutig ist der Vortrag von Herrn Dr. Bender ein Highlight. Weil für uns ist ganz wichtig gewesen, dass wir nicht nur die Robotik natürlich für auf Kinder und Jugendliche beschränken, sondern die Robotik und die KI zieht überall bei unseren Lebensbereichen ein. Und da hat Herr Dr. Bender natürlich im Augenblick auch mit seinen aktuellen Techniken vieles zu berichten. Und wir freuen uns schon ganz arg auf den Vortrag. Interessiert Sie sich für Programmierung oder Roboter? Dann kommen Sie diese Woche zu unserer Robotikwoche, in der Sie mit verschiedenen Programmen und Robotern programmieren können. Ich lade Sie ein. Kommen Sie gerne in dieser Woche bei uns vorbei. Lassen Sie sich begeistern von den verschiedenen Robotiksystemen, von den verschiedenen Programmiersprachen oder allgemein von unserem Bayernlab, das noch einiges mehr zu bieten hat. Auch natürlich am Donnerstagabend zu unserem Fachvortrag mit der Robotik und KI in der Medizin von Herrn Dr. Bender. Es gibt einiges zu entdecken, einiges zu erleben. Ich freue mich auf Sie. An dieser Station dreht sich alles um den Calio Mini. Der Calio Mini ist ein Mikrocontroller, ähnlich wie ein kleiner Computer, wie man es ja an vielen Geräten heutzutage schon wiederfindet und die, wo es selten geworden sind die letzten Tage. Aber man kann es schön programmieren mit der Blockbauweise, also nicht mit der umständlichen Programmiersprache. Und er hat ganz viele Ausgabenmöglichkeiten wie LEDs oder Sprache, auch ein Funkmodul, das man hin und her funken kann. Also hier steht wirklich die Welt offen und ist schon ab der Grundschule eigentlich geeignet. Bei dieser Station geht es um Lego Spike Prime, einem kleinen Roboterbausatz, den man zusammenbauen kann und auch programmieren kann mit verschiedenen Programmiersprachen oder mit der Lego eigenen Oberfläche, die stark an Scratch angelehnt ist, als mit grafischen Programmiersteinen. Es gibt verschiedene Aufgaben zu Physik, Mathematik, Gruppenarbeit. Das ist sehr schön gelöst von Lego. An der Station hier stellen wir unseren Now vor. Der ist sozusagen ein bisschen das Maskottchen der Bayern Labs. Und möglicherweise für einige der einzige richtige Roboter, den wir hier haben, bedeutet, er ist unser einziger humanoider Roboter. Der aussieht wie ein Mensch, der sich auch ein bisschen so verhält und je nachdem, wie gut man ihn eben programmiert, dem Menschen ähnlicher wirkt als die anderen Roboter, die wir hier haben. Ja, die Ozobots, das sind ganz kleine, faszinierende Roboterchen, die selbstständig dunklen Linien und farbigen Codes folgen. Und das ist ein Roboticsystem, wo man die ganz kleine mit abholen kann, begeistern kann, indem man verschiedene Sachen legt, programmiert und sie dann dementsprechend so steuern kann. Wir sind hier bei der Osmo-Coding-MB-Station. Hier will man den spielerischen Einstieg in die Programmierung zeigen. Mit verschiedenen Bausteinen kann man hier Wege und Flüsse überspringen. Das ist eine Art Spiel. Und dann will man eben zeigen, wie man mit Blöcken und auch Zahlen und Feldern programmieren kann. Bis zum nächsten Mal.